Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 23. Mai 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1199. Heute mit den folgenden Themen. OPPO, Disney+, Netflix, Apple Karten, QNAP, Acer und Bionic Reading. Ich starte zuerst mal mit einem Gerücht. Machen wir ungern, aber es ist schon so gut wie alles draussen oder so vieles oder zumindest einiges. Zwei neue Bilder sind rausgeflogen. Nachdem Anfang des Jahres schon gewisse Daten rausgefallen sind, sind jetzt noch zwei Renderbilder rausgefallen zum kommenden OPPO Pad und oder wie das Ganze dann schlussendlich heissen wird. OPPO Pad R steht auch zur Debatte. Soll mit Stift zu bedienend sein und weitere Details könnt ihr über daily.geektalk.ch nachlesen und oder im Podcatcher eures Vertrauens im Link, der hinterlegt ist. Da hatten wir schon Anfang des Jahres mal ein paar Details zusammengefasst, was bis dahin bekannt war. Unbekannt ist nach wie vor, wann das Gerät vorgestellt wird. Es wird ja gemunkelt, dass Anfang dieser Woche neue OPPO Geräte vorgestellt werden. Vielleicht mit dem oder erst später. Und noch viel ungewisser ist es, kommt das Gerät auch zu uns in die Schweiz. Und vor allem, wenn dann wie schnell. Und natürlich auch nach Deutschland, Österreich und Konsorten. Weiter geht's mit Disney+. Und da hat man ja auch schon vor einigen Monaten bestätigt, dass man an einem Videostreaming-Dienstlösung mit werbefinanziertem Abo arbeitet. So, dass man weniger bezahlen muss und dafür Werbung eingespielt bekommt. Jetzt sind ein paar Monate vergangen und es gibt ein paar Details dazu. Wenn man anschaut im konventionellen linearen Fernsehen, bekommt ihr pro Stunde 18 bis 23, seid ihr verrückt, 18 bis 23 Minuten Werbung geboten, voll Hirn zu hämmern und ach nee, ein Grund, weshalb ich dieses lineare Fernsehen und nur einer der Gründe, warum ich dieses lineare Fernseher nicht mehr konsumiere, seit vielen, vielen, vielen Jahren, bald schon seit 20 Jahren mittlerweile. Weil, wenn wir da weiterschauen, andere Lösungen, Streaming-Anbieter möchten auch was bringen. Bei HBO Max werdet ihr vier Minuten Werbung pro Stunde bekommen. Bei Keek Peacock, das gibt es leider nur in den Staaten, gibt es fünf Minuten Werbung pro Stunde und bei Hulu genauso viel. Hulu gehört übrigens auch zu Disney, auch das gibt es nicht bei uns. Und wie viel liefert euch Disney nun aus in diesem werbefinanzierten Abo? Genau, vier Minuten pro Stunde. Das könnte erträglich sein, wenn dann denn das Ganze auch finanziell einen deutlichen Abstrich gemacht wird dadurch. Ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Genauso gespannt bin ich natürlich, wie das Netflix umsetzen wird. Netflix hat nämlich ein Problem, zu dem kommen wir jetzt gleich. Verlust von Langzeitabonnementen. Netflix hat seinen Aktionären bekannt gegeben, warum das aktuell ihnen nicht so gut geht. Zum einen sind diese bösen Menschen, ich fühle mich angesprochen, weil aktuell meine Mädels das tun, Accountsharing betreiben, also nutzen zumindest. Und das soll über 100 Millionen Abonnenten da draussen geben, die das nutzen und nicht bezahlen quasi dafür. Dazu komme, dass eben Langzeitkunden weggehen. Aber jetzt drehen wir den Spiess mal um. Liebes Netflix, weshalb ist das so? Ja, ihr verliert halt auch ganz viele eure Inhalte an die Originalanbieter, wie Disney Plus zum Beispiel und andere. Dazu kommt natürlich leider auch, dass ihr immer mehr Serien einstreicht. Immer mehr auf dieses, wir strahlen jede Woche was aus. Also das ist aus meiner Perspektive und vor allem eben auch Serien absetzt und oder nur eine Staffel dazu bringt. Und das sind Dinge, die einfach einem Binge-Watcher nicht so gefallen. Dazu kommt, dass logischerweise die Preisspirale immer mehr angedreht wird. Und das passt halt einen Haufen nicht. Wenn man das zahlentechnisch anschaut, gibt es da ein paar Eckdaten von 10 bis 20 Prozent, nee von 20 bis 30 Prozent der Nutzer, die länger als drei Jahre mit dabei waren und jetzt gekündigt haben und oder werden. Und ja, ging ja uns auch so. Wir haben auch gekündigt, weil einfach der Mehrwert leider nicht mehr da war. Und das Portemonnaie es nicht mehr mitgemacht hat. Kommt auch noch dazu. Dann gibt es Neuigkeiten zu Apple-Karten. Nachdem Anfangsjahr schon München mit dabei war, ist jetzt neu dazugekommen. Frankfurt und Stuttgart. Und zwar bei Lookaround. Oder wie es auf Deutsch so schön heisst, der Umsehen-Funktion. Wenn ihr, ganz einfach gesagt, es ist sowas wie Street View bei Google Maps, nur einfach viel schöner und flüssiger. Halt Apple-like. Wer mag, kann durch München, Frankfurt oder Stuttgart fliegen oder schweben oder laufen oder gehen. Wie auch immer, probiert es mal aus. Ich hoffe, da kommen bald auch Schweizer Städte mit dazu. Dann gibt es Neuigkeiten vom QNAP, dem NAS-Hersteller aus, ich glaube, das ist Taiwan. Die haben wieder mal vermehrt Angriffe durch Ransomware-Trojaner auf ihre NAS-Systeme. Weshalb ist das so? Weil Nutzer die an Internet nutzen. Weil ja so vorgesehen, man kann ja, wenn man will, das Ganze auch öffentlich zugänglich machen. Also für sich selber, logischerweise nicht für die Masse. Und da gibt es wieder mal Probleme. QNAP muss da absichern, deren ihre Lösung ist, ja, macht dieses Port-Weiterleitungs-Geschichte dicht und dann seid ihr auf dem sicheren Weg. Aber auch nicht mehr erreichbar. Aber ja, schade. Ich hoffe, die bessern da schnell nach und bringen einen Fix. Letzte Woche habe ich kurz nach dem Huawei-Event noch vom Acer-Event gesprochen. Und etwas, was ich da nicht mit reingenommen habe, waren die Acer Concept D Notebooks. Ich wurde da so mit Mails überhäuft von Acer, dass ich die komplett übersehen habe. Obwohl das diejenigen sind, die mich vor allem am meisten interessieren. Concept D, das sind Notebooks für Kreative. Es gibt auch eine Desktop-Serie davon. Es ist ein bisschen ein wuchtigerer PC, dafür mit mehr Hardware und einem powervollen Inneren. Und die gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder mit einer neuen Ausstattung. Viel Hardware für gutes Geld und eben viel Power für unterwegs und oder am Desktop. Genaueres. Vielleicht bald auch irgendwann mal bei einem Test. Vielleicht klappt es ja in diesem Jahr. Weiter geht es mit Bionic Reading. Einer Technik, die ich schon seit Längerem nutze, da ich den Reader, also die App Reader, zum Lesen meiner Feed, meiner Neuigkeiten, meinen News in all den Blogs nutze, um unter anderem die Themen hierfür und den News-Podcast von TikTok zum Sammeln benutze. Ich glaube, benutze heisst dieses Wort. Genau. Und da gibt es schon länger integriert dieses sogenannte Bionic Reading. Dabei geht es darum, das Gehirn liest ja schneller als das Auge, weshalb wir teilweise nur den Anfang vom Wort lesen beginnen und dann schon wissen, was kommt, weil das Hirn ergänzt. Und da in dieser Software oder mit dieser Hilfe und mit der Software, mit der Lösung von Bionic Reading wird einfach immer nur der Anfang vom Wort verstärkt angezeigt, sodass ihr schneller lesen könnt. Ich kann es nicht immer nutzen, wenn ich stark Kopfweh habe und so weiter, kann ich so gar nicht lesen. Ansonsten mag ich es sehr. Das waren meine Neuigkeiten, euch einen schönen und erfolgreichen Tag, einen guten Start in die neue Woche und wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.